Hallo und herzlich willkommen zu Ragequid mit Zira, Dragomir und Salome. Das ist doch nicht mehr wahr. Ich bin gerade da und krieg schon wieder aufs Maul. Ich will nicht mehr. Jetzt, das kann doch nicht wahr sein, die sind gerade da. Jetzt du doch mal was. Mach diesen Hei tot. Ich will nicht mehr. Ich kündige. Ich kündige alles. Warum kriege ich eins aufs Maul dafür? Ich kündige euch die Freundschaft. Ihr auch. Warum? Ich müsste dir kündigen normalerweise. Also wenn wir jetzt noch mal verlieren, dann wandere ich nach Kanada aus oder so. Ja, dann pack schon mal deine Koffe, Alter. Nein. Ich gewinne hier. Nein. Rein da. Rein da. Los müssen. So, jetzt aber. Das war Knapper. Ich dachte schon, wenn Salome einen im Nacken... Geh weg, du Drexhai. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache, wenn ich zuschlage. Ich treffe einfach nicht. Ich kriege immer einen in die Fresse, aber ich treffe nicht. Oh, mein Teamkamerad treffe ich. Super. Ja, danke schön. Tschüss. Ich kündige ehrlich. Ich lass sie laufen. Bring eh nix. Tschüss. Nein. Weg. Oh, ah. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Hilfe. Hilfe. Ich bin über den Ball gestolpert. Ihr blöden Kacksolle. Ich bin dort. Oh Gott. Komm. Meiner. 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 Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig, als hätte ich die Nacht durchgefeiert, ey. Also, Drago, ich hab jetzt hier zwei Tore gemacht. Oh, ich dachte, ich werde das Klinken machen, ey. Ich hab so Durst. Ich hab's ja nicht gesagt. Fuck. Jetzt, bekipps doch nicht. Lauf hinterher jetzt, du Drecksotter. Nein. Huch. Hoppala. Ey. Nein, noch nicht drinne. Alter. Jetzt. Warum lässt der denn los? Weil du lässt der denn dick viel los. Weil du dich verdient hast. Oh, ich spitze. Nee, nicht, weil ich dich verdient hab. Du bist über ihn gestolpert, Mädel. Doch. Nee, ich bin nicht gestolpert. Doch. Irgendwann kannst du dich nicht mehr festhalten, dann stolperst du drüber. Ah, okay. Du hast eine Ausdaueranzeige und die geht ja leer, wenn du dann nachdenkst. Ja, die war aber nicht leer. Nee. Oh. Hallo. Dreckt schön. Dreckt erst mal wieder die Zähne rausgeschlagen. Sauber. Dafür krieg ich vom eigenen Teamkörperant eins aufs Maul. Geh weg. Geh weg, du Dreckshai. Los. 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 Hol sie dir. Bitte. Lauf doch einfach. Ah. Fuck. Danke. Du sollst sie nicht hau. Halt sie mir vom Leib. Ich versuch sie, aber ich treff einfach nicht. Ich treff nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich treff einfach nicht. Nur wenn ich aussteppen will. Ja. 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 Oha. Mach euch die Köpfe zu Matsch. Die Nase voll. Ich krieg nachkomplex. Aber das bringt uns eh nix. Das bringt eh nix. Weil die gleich wieder aufholen und wieder gewinnen die blöden Kühe. Drago mir, du musst dein inneres Zen wiederfinden. Mein inneres Zen ist kaputt. Guck es dir an. Schon ist das Kackvieh wieder in Führung. Ich kann machen, was ich will und die verliere. Guck es dir an. Siehst du? Wofür spiele ich überhaupt noch? Es hat gar keinen Sinn, gegen die zu spielen. Die haben eine Gehirnzelle. Zwar nur eine, aber die teilen sie sich. Schön auszuspielen. Soll ich dir mal ein Kilo Valium bestellen? Ja. Anti-Aggressions-Training vielleicht auch. Ich brauche ein Anti-Aggressions-Training. Weil das ist langsam nicht mehr witzig. Renn! 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 Ausdauer. Deine Ausdauer. Kurz zum Ziel haut die mir aufs Maul. Guck, die haut mir aufs Maul. Hol ihn hier, los. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Ups. Seh auf. Warum hast du gewinnt mit, Kao? Entschuldigung. Jetzt mach doch was, ich gewinnt schon wieder. Ich will nicht mehr. Oh, nach hinten. Nimm den, nimm den, nimm den. Kamin! Ja! Ja! Nein, meine Ausdauer scheiße. Ja, toll. Ich renne natürlich davor. Die ballern mich weg. Jetzt lauf du! Au! Wappen ist nicht! Meiner! Dieses scheiß Einhorn! Nein! Du gehst da nicht her! Au! Jetzt machen die das auch noch zu zweit! Ja! Ey, weißt du, so kurz vorm Ziel geh ich mit der Ausdauer leer. Alter! Und Drago lässt du jetzt mal strangulieren da in der Mitte. Oh, Herrschweiß! Das ist ja nicht mehr. Na! Seh auf, seh auf, seh auf, seh auf, seh auf, seh auf! Weg weg! Ein Society sich nicht. Away! Auf, seh 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 auf! Oh, Mohand look... Nou! Ja! 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 Nein! Ich trage mich wieder ruhig, jetzt wird es gefährlich. Oh, Entschuldige! Nein, weg mit dir! Au! Nimm den Ball! Nimm den Ball! Renn! Jawoll! Au! Au! Ey, der kriegt nicht mal! Au! Voll vom Unterhalt reingekriegt! Weg da! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich mach mich um das blöde Einhorn, ey. Und wenn es das letzte Einhorn ist, ist es mir scheißegal. Oh nein, ey! Au! Au! Ausgedribbelt! Ist doch weh! Nein! 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 Mach ihn rein! Schnappeln! Schnappeln! Ja! Ich glaube, Tragomir ist jetzt total still geworden und kann nicht mehr. Ach! Ey, das war grad echt ne Qual, dieses Paktor. Oder sie ist nicht mehr, oder das Mikro ist kaputt, vor lauter Schrei. Ne, ich glaube, hier ist einfach nur irgendeiner Ader geplatzt. Ja, es hat sich muted, sehe ich grad den Discord. Oh Gott! Alles okay? Hallo? 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 Ja, du bist wieder da, ich hör dich. Dann hab ich aus Versehen vor Wut die Taste gedrückt. Geh weg! Ich lass kein Tor zu, dann haben wir wenigstens noch unentschieden! Ja! Oh! Oh mein Gott, das zählt nicht mehr! Es zählt nicht mehr! Oh mein Gott! Ja! Oh, ich will nicht mehr! Ist das jetzt endlich vorbei? Nein, da kommt doch Fußball! Ja! Oh, wundervoll! Oh Gott! Geh weg, du Hai! Ihr habt die Dolly! Nee, ich hasse dich! Das ist ein Best-Buddy-Foto! Dieses wunderschöne T-Shirt, was er in die Kamera zeigt! Weil sein Gesicht traut er sich nicht zu zeigen! Oh Gott! Oh nein! Och nein! Ich will jetzt schon nicht mehr! Drago, weißt du, was ich grad festgestellt habe? Dass ich laut bin? Ja! Nein, sondern dass wir nicht verloren haben, auch wenn es nur unentschieden war! Ja! Oh! 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 Das siehst du! Ich lauf einmal auf einen von den Zuhun, bin schon K.O. Das kann doch nicht mehr wahr sein! Und ich treff nicht mal den Ball! Ja! Ja, guck! Die Wachstuhr! Schon gewonnen! Können wir nicht direkt aufgeben! Das macht mehr Sinn, die zu kämpfen! Nein! Guck und schon ein Tor, guck mal, kann ich dir jetzt schon versinken? Na eben nicht. Ich kann nicht mehr, ich hab keine Energie mehr. Ich auch nicht. Ach sauber, kein Ausdauern mehr. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Fußball hasse, auf egal welche Weise. Lauf. So schnell nehm ich meine kurzen... Nein, warum denn da hin? Ich kann zwar treffen, aber nur in die falsche Richtung zielen irgendwie. Wahnsinn. Guck, das wird ein Tor jetzt. Ja, einmal richtig treffen, komm schon. Ich bin kein Optimist mehr, ich bin nur noch ein Pessimist. Hey, das ist meine Aufgabe eigentlich, Pessimist zu sein. Ja, dann hau mal raus und zeig mal ein bisschen was davon, dass das auch nicht klappt. Guck, Tor, tschüss. Nein, eben nicht. Genau so hab ich mich gestern gefühlt. Ja, das ist, weil ihr euch das Hirn teilt. Ihr braucht nicht mal miteinander reden und wisst schon, was der andere will. Ach, was? Wie soll man denn dagegen ankommen? Natürlich, ihr habt eine Gehirnzelle. Wir sind eine Gehirnzelle. Nur eine. Ja, genau. Eine, aber die teilt ihr euch wenigstens. Ach. Oh, keine Energie mehr. Ja. Da bekomme ich nicht das Maul von Syrah, also. Komm, steht doch auf jetzt. Los, los, los. Nein. Ich hab dir so guten Chunks gegeben. Warum? Jetzt steht die da im Weg einfach. Ey, Mann. Gib es doch nicht. Nein. Ja, Mann. Ja, ja. Schnell. Los, den Masuk, los. Weg damit. Gott sei Dank. Das wird ein sehr langes Spiel. Ich sag's euch. Ich glaub auch. Huch. Ah. Kann ich mehr. Keine Energie mehr. Huch. Oh Gott. Ich krieg schon wieder eins aufs Maul von Syrah. Warum greff ich immer nur Chrissi? Oh. Entschuldigung. Ah, nee. Diesmal, diesmal hab ich das Ragummi getroffen. Na. Ah. Mit mir denn? Geht weg. Nee. Ah. Du recht. War zack. Erstes Tor fällt. War ja klar. Ja. War ja klar. Warum sollten wir auch mal ein Tor machen? Uff. Uff. Das gibt's doch nicht. Ist das anstrengend. Sowas von. Ist das anstrengend. Ja, die Spiele waren jetzt schon definitiv besser als die ersten. Ja. Also das mit dem Ballon war ja richtig beschissen. Ja. Aua. Warum haust du mich K.O. Ich hab jetzt aber auch Stallomee K.O. gehauen. Hat sie verdient. Aua. Hat sie mir schon wieder auch einen rechten Haken gegeben dafür. Aua. Entschuldigung. Wir prügeln uns immer gegenseitig weg, aber gewinnen trotzdem. Daria, 20 Jahre, das ist alles. Mehr brauche ich nicht sagen, ich nicht. Danke. Immerhin war ich das und ich der Ball. Ich schwöre, ich wollte den Ball treffen. Ja, ich weiß. Das ist ja das Schlimme. Du hast alles noch nicht. Ja, ich weiß. Ja, ich habe gerade die Schlimme. Ja, ich habe hier noch diesen Ballstatt, sondern ich habe noch einen Beispiel in der Welche Token. Ich kann nicht treffen, hast du vergessen? Nächstes Tor, ich sag's ja. Roll weiter, roll weiter. Das gibt es nicht, das ist nicht möglich. Ich hau gleich verboten Schöpfer da ran. Nein, tue ich nicht. Boah, das kann doch nicht mehr wahr sein. Kann ich mal einer rauswerfen auf diesem Spiel? Ich muss dringend aufs Klo pinkeln. Ja, pinkel dich ein, dann musst du wenigstens weg vom PC. Da, nächstes Tor. Bei dem blöden, dicken Einhorn. Es ist so flauschig, ich will's töten. Das war die Retourkutsche. Das ist Team Pink, das ist unfair. Dankeschön, jetzt sind wir beide K.O. Jetzt kommt das nächste Tor. Wie gut war das denn? Aber der Weg ist auch so lang mit den kurzen Beinen. Es ist einfach nur... Anstrengend. Ja, super. Guck, ich treff nicht den Ball, ich treff nicht meine Feinde. Ich treff gar nichts. Ich bin einfach zu dumm. Deinstallier das Spiel wieder. Ich verschenke es wieder. Weg damit. Huch. Ups. Entschuldigung. Das ist ein Spiel, das mir Aggressionen vorlebt, die ich nicht will. Mehr Wut als Spaß. Weg. Jetzt geh weg, Alter. Entschuldigung. Kein Haken. Jawohl. Geht's weg. Das applikatorische Tor von unten. Ja, es ist... Leider Gottes ja immer nur einmal. Das heißt, die brauchen nur noch einmal treffen. Oh. Immerhin verlieren sie zu null. Nee, das stimmt. Immerhin ein Tor. Das ist ein Fünfundbiller im Publikum. Ja, das bin ich. Es ist unfassbar. Ich treffe nicht, aber ich werde getroffen. Ich weiß nicht, ob ich immer die falsche Taste drücke. Aber es ist doch die linke Maustaste, oder nicht? Da! Wow! Der war ja wohl mal richtig gut jetzt. Noch mal bitte so ein Ja-Titel. Ich will Zeit, dass wir auch mal wieder gewinnen hier. Ich will EP. Mal wieder gewinnen, dass du überhaupt mal gewinnen. Meinst du wohl? Ja. Alleine im Spiel kriegt das besser hin als im Team. Ich weiß nicht warum. Die beiden zusammen sind einfach unschlagbar. Da kannst du mir hier Arnold Schwarzenegger hinsetzen und ich gewinne nicht. Ja! Nein! 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 Falsch in Richtung! Sehr gut! Oh! Oh! Fall aus dem Maul! Niemand! 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 So knapp! Weg! Mit dem Ding! Einmal Pass! Bei mir hängt das Spiel wieder mit dem Maul! Ach! Ich wurde weggeballert! Die gewinnen, das war klar! Jetzt sind nur neun Sekunden! Ja, aber es ist aber immerhin unentschieden! Ja! Immerhin etwas! Weg du einen! Oh, Chris, mach ihn rein! Ne! Den kriegt ihr nicht rein! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Oh Gott! Wenigstens unentschieden! Wir sind fertig für heute! Ich glaube, das war das Letzte! Ich weiß es nicht! Wie kann man hier nochmal Burn-Out anordnen? Ich hab Burn-Out definitiv! Deswegen frage ich. Ich komm mit, glaube ich. Klaut mir immer mein Spotlight, merkst du das? Ich darf niemals irgendwas... Nicht mal gewinnen dürfen? Immer! Immer ist dieser kackpinkere Hai im Weg! Das ist bienn GM, ey! Endfinished! Oh Gott sei Dank! Wir haben das erste Spiel gewonnen immerhin! Und ich hab das Schweinchen bekommen, was du da... Ja, weil du schneller... Wenn man 10 Milliarden mal gewinnt, weißt du, dann ist das kein Wunder, ja, dass man so viel EP kriegt, meine Lieben. Waren wir die Folge nur 20 Minuten, oder...? Ich warte jetzt noch 35 Sekunden, bis der Shop refresh. Ich meinte eigentlich Syrah, aber ich krieg keine Antwort mehr. Was, 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 was? Ob wir jetzt, äh, diesmal nur eine 20-Minuten-Folge machen. Beispielsweise 90 Minuten noch was. Äh, ja, glaub ich, können wir mal machen. Ja, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao! Ciao!